Hallo Leute, willkommen wieder bei einem neuen Video. Heute mal wieder mit einem Video über den Drift MX-5. Und heute wird endlich dabei gegangen, den MX-5 ein bisschen schöner zu machen. Ich habe in den letzten Videos erstmal den MX-5 soweit fertig gemacht, dass der halt im Prinzip läuft und dass ich im Prinzip damit fahren kann. Und jetzt wird der MX-5 ein bisschen schöner gemacht. Der lag sieht jetzt ganz gut aus und jetzt wird auch noch ein bisschen dabei gegangen, dass der auch allgemein schön steht. Der ist jetzt halt ein Serien MX-5 jetzt gerade. Wie man hier sieht, ist hier und hier doch wohl noch ein bisschen viel Platz. Und da werde ich jetzt hingehen. Das alte Fahrwerk, was ich in dem anderen MX-5 drin hatte, werde ich jetzt hier reinbauen und den TÜV-mäßig soweit tief legen, wie es geht. Ja, was ich jetzt einbauen werde, ist einmal das KW-Fahrwerk von dem anderen MX-5. Für das kaufe ich dann einfach ein neues, weil hier kommt dann im Prinzip das alte rein und der neue, schöne MX-5 kriegt dann das neue und schöne Fahrwerk. Das kommt einmal rein. Dann tue ich die Stubbies, die ich in dem anderen MX-5 hatte. Die haben der Stubbies. Die kommen auch nochmal hier rein, um einfach das Auto für das Drift ein bisschen besser vorzubereiten. Weil die meisten gehen hin und rüsten bzw. und bauen in den MX-5 vorne einen dickeren Stubbie ein und hinten entweder Serien-Stubbie oder den kleinen Stubbie. Ich werde jetzt hinten den kleinen Stubbie rein tun von dem H&R Stubbies, also vorne und hinten, weil ich glaube nicht, dass ich das eingetragen kriege, wenn ich nur vorne den Stubbie rein tue und hinten den Serien drin lasse. Deswegen werde ich beide tauschen, aber hinten den so weich lassen wie möglich und vorne den höchstwahrscheinlich so auf der mittleren Stufe oder sowas auch tun. Da werde ich aber noch so ein bisschen herumprobieren, wie das Auto sich anfühlt beim Driften halt. Nur, ja, ich muss jetzt erstmal einbauen und dann muss ich erstmal auf irgendein Drift-Event, damit ich das Ganze so testen kann. Ich werde jetzt erstmal hingehen und bei dem anderen MX-5 das KW-Fahrwerk einbauen, weil in dem hatte ich das ja noch eingebaut, um den halt so ein bisschen hin und her zu rollen. Da habe ich jetzt das Fahrwerk, was jetzt hier drin ist, also Serienfahrwerk, wie jetzt in den anderen reinkommen, damit ich den halt dann halt weiter umrollen kann. Und hier kommt das KW rein. Deswegen springen wir zum anderen MX-5 und bauen da das Fahrwerk aus. So, die Leads jetzt, das werde ich alles einbauen. Hier haben wir einmal das Fahrwerk und hier haben wir die Stabilisatoren. Das Fahrwerk werde ich noch ein bisschen hochschrauben, weil ich sag mal so, so wie ich das in einem anderen MX-5 drin hatte, war das vielleicht nicht so, ja, die Tüffe, die in Gudachten steht. Ja, das müsst ihr auf jeden Fall noch ein bisschen hochschrauben. Ich glaube irgendwie so, keine Ahnung, zwei Zentimeter oder so. Und dann baue ich das hier ein. Und hier ist einmal das Stabi. Hier haben wir einmal vorne und hinten. Das Ganze ist auch variabel einstellbar, sprich man kann die Härte auch noch hier hinten variieren. Da muss ich auch noch ein bisschen mit rumspielen, wie ich das Ganze einstelle, wie hart ich das vorne mache und wie hart ich das hinten mache. Und das wird dann alles in diesen MX-5 reinkommen. Ich fange dann mit dem eben an, fange vorne mit an. Und dann, wie der MX-5 gleich, hoffentlich einiges besser aussehen. Und dann, wie der MX-5 reinkommen ist. Und dann, wie der MX-5 reinkommen ist. So, das neue Fahrwerk ist jetzt eingebaut. Genauso wie die Stabis, die sind jetzt auch eingebaut. Das hier ist jetzt das KW-Fahrwerk in der tiefsten Tüffel. Vorne, wie man sehen kann, ist noch ein bisschen Platz. Man kann ungefähr so einen Fingerbreit reinstecken. Und hinten ist das auch noch so ungefähr Fingerbreit, sage ich jetzt mal. Das steht noch nicht so mega gut, wie ich es eigentlich haben wollen würde. Wenn man so hinten drauf guckt, ist da noch sehr viel Platz zwischen Kurflügelkante und dem Reifen. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich auch noch Spurplatten drauf tun werde. Weil ich habe ja noch von MX-5 so 30er und 20er Spurplatten. Das Problem ist, dass ich vergessen habe, dass es bei Spurplatten eine ET-Grenze gibt. Und die Felgen haben eine ET von 30, also eine Einpresstiefe. Und wenn ich da jetzt Spurplatten drauf tue, darf ich maximal eine ET von 20 haben. Sprich, ich kann maximal hier drauf eine 10er Spurplatte fahren. Was jetzt, wenn man so hier drauf guckt, absolut nicht reichen wird. Ich müsste hier, ich glaube vorne mindestens eine 20er und hinten mindestens eine 30er drauf tun. Ja, deswegen werde ich das erstmal lassen, weil ich sehe da jetzt keinen Sinn drin, mir neue Spurplatten zu kaufen. Und im Endeffekt will ich das Auto sowieso irgendwann in der nächsten Zeit nicht mehr Straßen zugelassen sein. Ich habe aber schon überlegt, ob ich mir neue Felgen hole für das Auto. Aber das macht auch an sich keinen Sinn, weil wenn ich mir jetzt neue Felgen hole für das Auto, was halt gut mit dem Setup so fittet, werde ich dann irgendwann in einem halben Jahr oder sowas, werde ich dann sowieso neue oder andere Felgen fahren, weil das Auto nicht mehr Straßen zugelassen ist. Und mit den anderen Felgen kann das dann schöner aussehen. Deswegen werde ich höchstwahrscheinlich das Setup jetzt erstmal so fahren, so wie es ist. Sieht zwar jetzt nicht so unfassbar schön aus, aber es ist erstmal Straßen zugelassen und das Auto kann nicht so auf die Straße fahren. Wie gesagt, Stubbys sind auch eingebaut. Vorne habe ich die Stubbys auf die härteste Einstellung gestellt und hinten habe ich den Stubbys auf die mittlere Stellung eingestellt. Aber bevor ich jetzt rausfahre, werde ich doch noch eben kurz was machen. Und zwar werde ich noch mal eben kurz diese Lippe vorne dran bauen. Das war die Lippe, die ich auch vorne beim anderen MX-5 drunter hatte. Die macht das Auto so ein bisschen schöner, weil die Frontschutzstange und der Schweller, die sind ja nicht gleich hoch. Und wenn ich die Lippe drunter habe, dann sind die Beine gleich hoch und dann sieht das um einiges besser aus. Deswegen, die schmeiße ich nochmal kurz drunter und dann fahre ich mit dem Auto. So, das Fahrwerk ist jetzt eingebaut, die Frontloop ist jetzt auch eingebaut. Ich bin jetzt auch mal ein bisschen rausgefahren, um halt ein bisschen besser das Auto zeigen zu können, weil wenn ich das jetzt in der Garage mache, da kann man nicht so viel sehen. So sieht der MX-5 jetzt aus. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg, um den ein bisschen besser zeigen zu können. So sieht er jetzt aus von der Seite. Ist jetzt, finde ich, von Reifen zu Kotflügel vorne und hinten eigentlich an sich ganz gut. Aber ich finde, so sieht das Auto schon sehr, sehr viel besser aus, wenn er so ein bisschen tiefer ist. Könnte noch ein bisschen tiefer an sich, aber so ist es TÜV-mäßig schon okay. Beziehungsweise so ist halt die tiefste Stufe, wie man TÜV-mäßig das Ganze machen kann. Aber sieht schon ganz okay aus. Ja, der MX-5 sieht jetzt vernünftig aus, der lag sieht gut aus und der ist auch gut tief. Und mit den Felgen sieht das an sich gar nicht mal so schlecht aus. Ich würde jetzt gerne andere Felgen drauf fahren, nur, ja, geht nicht. Weil erstens kriege ich mit besseren Felgen keinen TÜV und die kosten halt auch noch Geld. Und ich will das ja erstmal budgetmäßig ein bisschen günstiger haben. Deswegen, wie jetzt als nächstes, natürlich die Sache gemacht, die gemacht werden muss, wenn man einen MX-5 driften möchte. Und zwar werden da Sachen am Differenzial gemacht. Ja, das kommt im nächsten Video. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen hoch geben. Und dann sehe ich euch im nächsten Video wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal und tschüss.